Eigentlich waren es gar nicht so schlechte Nachrichten, die wir heute Nachmittag bekommen haben aus den Staaten, denn die Verbraucherpreise aus Amerika und ihr seht das hier, ich habe ein bisschen zurückgespult, ihr seht das an dem roten Pfeil, das ist der S&P 500 Future und die erste Reaktion war tapfer nach oben. Was war passiert? Kurzer Blick drauf, es gab die Verbraucherpreise und die sind weniger stark gestiegen, als es erwartet wurde im Jahresvergleich, CPI, hier seht ihr das, Year on Year sozusagen im März 5,0%, erwartet waren 5,2% nach 6,0% zuvor, auch im Monatsvergleich, besser als erwartet, sowieso als zuvor. Aber gute Nachrichten, warum sind das vielleicht gute Nachrichten? Naja, viele gehen davon aus, naja, wenn die Inflation nicht mehr so ein schlimmes Thema ist, dann hat die Notenbank ja auch nicht mehr ganz so viel Druck, die Geldmenge zu reduzieren oder die Zinsen zu erhöhen, je nachdem, warum man es anfassen will. Okay, das heißt nicht so starke Liquiditätseinschränkung, das wiederum ist gut für die Märkte, yeah, super, gute Reaktion. Also von der Logik her würden viele wahrscheinlich sagen, das ist doch eine gute Nachricht, die Notenbank wird dann weniger Druck ausüben und entsprechend die Bewegung, die dann nach oben gehen sollte. So, und das war auch die erste Reaktion, yeah, super, was haben die Marktteilnehmer später draus gemacht? Der Kurs ist nach unten gegangen und hat gar nicht mehr den Glanz und Glamour der guten Nachricht hier im Blickfeld, sondern es geht tatsächlich aktuell nach unten. Und zwar, naja, relativ zügig, vielleicht nicht überdramatisch schnell, aber zumindest mal relativ zügig. Also die Marktteilnehmer haben es nicht gewollt, die haben nicht gesagt, wir würden das gerne als Nachricht mitnehmen und auf die Kaufseite uns schlagen. Hm, das ist ja kein gutes Zeichen, oder? Wenn schon gute Nachrichten nicht mehr so richtig überzeugen können? Na gut, wollen wir das nicht überinterpretieren. Zumindest die Marktteilnehmer aktuell sind aus dem bullischen Bild für heute zumindest mal erstmal einen Schritt zurückgetreten und haben gesagt, naja, gucken wir uns das erstmal in Ruhe an. Trotz alledem, die Überlegungen, die sich aus diesem Verlauf ergeben, also auch aus dem Verlauf, den wir hier insgesamt haben, 5 Minuten Chart, das ist hier ein Zwischentief gewesen, 10. April, anschließend nach oben, tapfere Bewegung, jetzt hier von der Hochmarke. Die lag heute bei 4.178 oder 77 circa. Alle Werte, die ich hier ankündige, sind auf den Future bezogen. Einige haben natürlich abweichende Kurse, je nachdem, was ihr für einen Anbieter habt, aber der Future-Kurs ist das relevante Basisinstrument dafür. Also von der Seite aus noch nicht so richtig überzeugend, wenn, wie gesagt, schon gute Nachrichten nicht so richtig ziehen. Zu was führt das übergeordnet? Da gehen wir wieder auf den Vierstündigen. Das, was wir hier haben, das ist quasi das, was wir da haben. Ich mache das mal groß hier. Das ist das Geschehen, was wir in den letzten Stunden hatten. Alles erstmal überhaupt gar kein Problem. Ich mache nochmal alles weg, was wir hier haben. Wir hatten darüber gesprochen, dass das möglicherweise halt ein Leading ist, also ein Anstieg am Anfang, der darf durchaus, ist nicht so häufig, aber darf durchaus korrektiver aussehen. Im Nachhinein kann man das gut erkennen, leider nicht im Vorhinein. Da bin ich kein großer Freund davon. Statistisch gesehen sind die nicht so häufig, weshalb man da eher vorsichtig sein sollte. Allerdings jetzt dann der Anstieg und jetzt die Überlegung, machen wir das mal hier ein bisschen größer. Nachdem das ja eine relativ scharfe Korrektur war, die wir hier haben, ihr seht das, dass wir hier relativ stark fallende Hochs haben. Original hoch, danach das hoch und dann hier, wenn ihr das selber im Chart suchen wollt, das tiefer am 13. März, das gegen Mittag, dann am 22. war dieses Zwischenhoch und anschließend diese doch sehr typische, diese sehr korrektive Bewegungsmuster. Und ihr seht, das ist eine relativ steile Korrektur. Man nennt das Ganze dann entsprechend auch so, wenn es hier vorne eine steile Korrektur ist oder scharfe Korrektur, Sharp Correction, dann ist häufig hier hinten irgendwie was, was eher seitwärts orientiert ist. Das nennt man eine seitwärts Korrektur und ihr seht den großen Unterschied, dass diese hier ähnlich hoch sind. Hier seht ihr, dass die deutlich fallen. Hier seht ihr, dass es eher zur Seite ist. Und das ist nicht mal so untypisch, dass Bewegungen dieser Art hier vorne scharf sind, hinten seitwärts. Also damit muss man durchaus rechnen. Ein bisschen unsauber ist es vom mittleren Teil. Es gibt noch eine andere Variante, dass das hier im Prinzip so aussieht. Aber auch dann müssten wir erst nochmal in eine Korrektur kommen. Es bleibt dabei, eigentlich hier sind wir jetzt in einem korrektiven Umfeld, das eben maßgeblich durchaus nach rechts läuft. Und solange wir überlappungsfrei sind, und da kommt das Zwischenhoch, was wir hier hatten am 22. Mittags, das lag beim Future ungefähr bei 4074, 75, 74, irgendwie sowas in der Richtung. Solange wir oberhalb dieser Marke bleiben, würde ich jetzt noch nicht in Rage geraten, würde ich sagen, naja, dann ist es halt in Ordnung, ist es noch ein bullisches Bild. Ihr wisst, ich habe immer Schwierigkeiten, wenn Korrekturen sich überschneiden. Bleiben wir oberhalb dieser Marke, dann wäre das erste Bild, die erste, sehr eigenartige, Leading der Jürgenölle-Welle, die zweite, die Korrektur. Die dritte, der Anstieg, da gibt es jetzt wie gesagt zwei Varianten. Entweder die dritte geht bis hier, und wir sind in der Seitwärtskorrektur, oder die dritte geht bis hier, und die Korrektur setzt sich halt jetzt noch weiter fort. Beides würde aber eher davon ausgehen lassen, dass die nächste Bewegung, machen wir das mal weg, irgendwo, sagen wir mal, hier landet und idealerweise, wie gesagt, nicht mehr da drunter geht. Wenn es danach nach oben geht, dann kriegen wir also quasi, wo auch immer das Ende dann sein wird, die vierte Welle, und danach gäbe es nochmal die fünfte, und anschließend ist Pause angesagt. Also ich bin noch gar nicht negativ eingestellt. Ja, für die nächste Zeit vielleicht schon, nächste Zeit meine ich damit viele Stunden, vielleicht heute Nachmittag, vielleicht die nächsten Tage auch noch, dass ich noch nicht so richtig glücklich bin. Aber solange wir oberhalb dieser Marke bleiben, wäre es immer noch ein bullisches Szenario, was wir hier haben. Also noch kein Grund, den Kopf in den Sand zu stecken. Also, wichtige Marke. Aktuell, Long-Seite, finde ich nicht so toll, würde ich mich eher zurückhalten. Wer schon Long ist, Stops hinterherziehen, sich freuen, wenn es weiterläuft. Ihr seht hier, im 4-Stunden-Chart sind die natürlich relativ eng, also kann man machen, aber dann werdet ihr ausgestoppt, obwohl der Kurs mehr oder weniger auf Zielhöhe ist. Also das macht dafür nicht so viel Sinn. Entsprechend wäre eine Stop-Idee hier unten drunter. Wäre das eigentlich auch eine Short-Idee? Zur Not ja, aber eigentlich ist das nicht so mein Lieblingsszenario. Denn das verschlechtert zwar die Chance für die Aufwärtsseite, lässt aber nicht gänzlich ausschließen, dass wir nochmal ein finales nach oben bekommen. Aber in dem Sinne dann final. Was ist der Unterschied? Naja, der Unterschied ist, bleibt es so, bleiben wir oberhalb dieser Marke, gehe ich davon aus, dass wir hier eine Korrektur bekommen und anschließend weiter uns nach oben absetzen. Werden wir jetzt hier nicht mehr so hoch gehen. Nehmen wir mal an, wir gehen da tiefer. Und selbst wenn er danach noch hoch geht, gehe ich anschließend eher von abwärts aus. Also nicht direkt ist das der beste Trigger hier für die Abwärtsseite. Das ist nicht notwendigerweise der Fall, aber es würde ganz klar das bullische Szenario enorm einschränken und mit oder ohne diesen Umweg, also weiß ich noch nicht, ob er den tatsächlich macht, aber das würden alles Szenarien sein, die begünstigen, dass wir tatsächlich diese Zone hier unten nochmal angreifen. 3.850, 3.800 mit realistischer Chance, dann auch das hier zu durchstoßen. Und wenn wir die dann auch noch durchstoßen, ist das Tief von Dezember, Mitte Dezember, dass wir dann die 3.500 da auch nochmal sehen. Also richtig tief gehen. Aber das wollen wir nicht angucken. Das ist eine andere Zeitebene. Die schauen wir uns an anderer Stelle nochmal an. Aktuell also, ja, wohl Pausemodus. Das suggeriert der Markt, so wie wir ihn hier jetzt aktuell haben. Aber auf der anderen Seite immer noch noch in einem bullischen Umfeld. Vergleichen wir das mit dem Dow. Ist das Bild natürlich grundsätzlich sehr ähnlich. Auch hier, da haben wir letztens schon drüber gesprochen, hier auf Tagesebene, nur ganz kurz eingeblendet, sind da durchaus positiv bullisch unterwegs. Also ich habe hier sogar schon mal so eine vorläufige Zielmarke eingestellt. Also nehmen wir mal an, wir bleiben jetzt hier so halbwegs überlappungsfrei oder idealerweise wirklich überlappungsfrei. Der Kurs macht jetzt halt Pause. Die gucken wir uns gleich nochmal an. Macht Pause und marschiert dann auch nochmal durch die nächste Widerstandszone, die wir da oben haben. Hier beim Zwischenhoch vom, was war das, Februar, Mitte Februar, dann sehe ich sogar, dass wir 3820 sehr realistisch nochmal ansteuern können. Halte ich für absolut nachvollziehbar und sinnvoll. Aber dafür müssen wir hier vorne erstmal gucken. Das große Bild, das gucken wir uns an anderer Stelle an, nicht jetzt in diesem Fall. Wenn ich hier im 4-Stunden-Chart gucke, dann ist das ein bisschen nachvollziehbar ähnlich wie das, was wir eben hatten. Ja klar, Anstieg, scharfe Korrektur und jetzt eben möglicherweise das, der Mittelteil und jetzt möglicherweise eine Seitwärtskorrektur, weil hier war es wieder stark fallen, wäre hier eine Seitwärtskorrektur. Auch hier gilt das Hof vom 22. März als ein Lackmustest. Solange wir oberhalb bleiben, würde ich nicht wirklich in Rage geraten. Wer engen Gewinne mitnehmen will, okay, super, kein Thema, dann sitzt man es nicht aus, dann wäre man nach Parabolik quasi gerade eben schon so halbwegs rausgegangen. Na super Trend, hätte man noch ein bisschen Platz, der liegt bei 33.677 in etwa. Das sind so Möglichkeiten, um einigermaßen ortsnah ausgestoppt zu werden und das eben nicht mehr aussitzen zu müssen. Aber im eigentlichen Sinne ist diese Marke erstmal der ganz wichtige Test. Den möchte ich jetzt nicht mehr unbedingt gebrochen sehen. Das wäre aus meiner Sicht nicht so schön. Also vorläufig, das zeigen die guten Nachrichten, beziehungsweise nein, die guten Nachrichten zeigen das natürlich nicht. Aber der starke Abwärtsschwung, den wir jetzt hier im Nachgang haben, nach den Nachrichten. Die Marktteilnehmer haben offensichtlich keine Lust auf das. Korrekturen nach oben eventuell für Shorts nochmal nutzen und größere Korrekturen für längere Abwärtsbewegungen dann entsprechend nochmal einsatzfähig. Also im kleinen Bild bleiben wir wohl auf der kurzen, also im kurzen Bild bleiben wir auf der Abwärtsseite. So wollte ich sagen. Das sagt nicht großartig anders. Auch hier, ihr seht schon, dass dieser Anstieg, den wir hier haben, sehr flach verläuft. Wenn ich das vergleiche, diese Abwärtsseite und diese Aufwärtsseite, dann habe ich nicht den Eindruck, dass Long optimal ist, sondern würde ich eher sagen, die Abwärtsseite hat locker nochmal eine Chance. Ungefähr 12.800. Ich gehe das nochmal groß, ich mache es nochmal ganz frisch hier, damit ihr das besser nachvollziehen könnt. Das ist eine relativ starke Bewegung, die wir hier hatten. Das ist eine klar korrektive Bewegung, die wir hier hatten. Und hier war jetzt schon ein Trigger. Vielleicht kommt der ja nochmal ein bisschen hoch, dann könnt ihr den als Trigger gegebenenfalls euch nochmal überlegen. Mit Abwärtsseite und typische Mindestziele ungefähr 12.800 Paar und 30. So in etwa, wenn ihr es genau wissen wollt. Ich zeige euch einmal, wie es geht. Ihr messt den ersten Teil, legt es auf dem da an und dann habt ihr hier die Marken 46. Wenn ich das jetzt genau hier messe, wäre entsprechend das Ziel. Aber in dem Fall das sogenannte Mindestziel mit Chancen auf mehr. Hier finde ich übergeordnet nicht so richtig den Durchblick, wenn ich ganz ehrlich bin. Da würde ich mich sogar nicht wundern, wenn es noch tiefer geht. Und so ein bisschen hat man ja so die Versuchung 1, 2, 3, 4, 5. Das finde ich auch super, nur der Spike hier, der macht das Bild so ein bisschen kaputt, denn der darf nicht tiefer gehen. Zumindest mal, wenn man diese Zählung immer so ganz ernst nimmt. Und dann ist das nicht das optimale Bild. Deshalb halte ich mich hier immer ein bisschen mehr zurück. Der wird natürlich jetzt nicht ganz anders laufen als der S&P, aber auch der war ja vorläufig die Abwärtsseite. Nur habe ich hier keine Grenzmarken, wo ich sage, bis dahin und keinen Schritt weiter. Da bin ich hier vorsichtig, denn zumindest diese Korrektur, da sind wir schon in Überschneidung. Und das ist eigentlich ein Hoch noch aus der Abwärtsgeschichte. Das liegt an diesem Zwischentief, was wir hier eben noch hatten. So und der DAX? Naja, der DAX, der fand das auch nicht so super. Der hat zwar erstmal hier im 15-Minuten-Schalt sieht man einen tollen Hochanstieg. Wir können es auch im Future angucken, einen tollen Anstieg gemacht. Hat aber dann gleich gesagt, nee, also wenn er jetzt sehr korrektiv runtergekommen wäre, hätte man noch überlegen können, ob man nochmal sagt, komm, machen wir nochmal eine Runde mit. Aber das wollte der Markt offensichtlich nicht. Und dementsprechend gab es auch keine Long-Signale hier, die man irgendwie für einen Long nutzen konnte. Also da ist die Zurückhaltung durchaus nachvollziehbar gewesen. Jetzt sind wir auf der Abwärtsseite unterwegs und zumindest mal ist die Aufwärtsseite, was wir auch immer sehen, hier nicht besonders stark. Aber ich muss gestehen, um diese Uhrzeit fange ich spätestens an. Ich muss sagen, ich bin nicht so der DAX-Händler. Zumindest mal beruflich ist das für uns nicht unser Hauptmarkt. Ist das aber eigentlich auch eher ein Markt, den man in Amerika handelt, denn um diese Uhrzeit ist der DAX fast schon zu. Und der amerikanische Markt blüht gerade so richtig auf. Also für Intraday wahrscheinlich die Orientierung eher dort zu finden. Auch hier gilt das Zwischenhoch vorläufig nochmal vom 22. Ich mache es nochmal ganz kurz groß. Das ist im Future hier diese Marke gewesen, 15.466 circa. Solange wir da drüber bleiben, ist die Welt durchaus noch okay. Also müssen wir noch nicht in Panik oder Rage geraten. Es wäre durchaus denkbar, dass wir hier die scharfe Korrektur haben. Hier intern den 5-Bäller. Hier jetzt eine Seitwärtskorrektur haben, die nochmal runterkommt. Und solange wir wie gesagt oberhalb dieser Marke bleiben, wäre anschließend ein Anstieg nach oben sogar sehr realistisch. So, also vorläufig abwärts. Noch kein Panikmodus. Die entscheidenden Marken habe ich euch genannt. Ich hoffe, dass ihr damit ein bisschen was anfangen könnt. Euch toi 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 liebe Grüße und bis zum nächsten Beitrag.